Äpfel und Birnen gesellen sich für das Kompott gemeinsam mit einer Vanilleschote in die Pfanne. So, haben wir. Dann Kabel nach. Für mich das beste Rezept. Einfach die Äpfel und Birnen, wie man das möchte, anbraten, die Butter, ein bisschen Karamell sehen mit Zucker und dann einfach ablöschen, Calvados, und dann wird das einfach hier 10 Minuten gekocht und dann ist das nämlich fertig. Fertig.